im video willkommen zu diesem video nochmal heute zeige ich euch meine ganzen häuser meine sachen von lps oder halt gemischte sachen und meine lps häuser vielleicht zeige ich auch noch mein playmobil haus ich benutze nämlich auch noch dafür also sehen uns gleich hier habe ich meine lps sachen in so einer kiste hier oder keine ahnung so eine tonne hier sind meine ganzen lps ja auch wieder in einer tonne hier ist ein haus von vielen häusern also playmobil haushalt ich hab da irgendwas mal reingetan also ich werde irgendwas immer als ring aber ja und sorge dass ihr vielleicht beim anderen video nicht ich zu viel gehört habe was ich gerade da gesagt habe tut mir auch sehr leid also wir kommen jetzt zu ja fast lps haus ist eigentlich ich bin als lps haus ist eigentlich kein lps haus aber ich benutze dann haben wir das haus dann das haus das haus und das haus habe ich selbst gemacht wer eigentlich gewesen für meinen kater der grad bei mir liegt hier bei mir liegt aber hat kein bock da hat das wohl kein bock da rein zu gehen also ja ich weiß immer noch nicht ich weiß immer nicht ob wann wann der live stream ist das weiß ich immer nicht und möchten gern was sagen also hier ist der stück wurde irgendwie das abgeteilt wird abgefahren ich habe zu neues das gleiche halten dann würde ich auch sagen das war mein video ich weiß der kurz aber naja und dann da